Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, wieder mal aus meinem Hobbyraum mit dem Gruselicht. Dieses Video ist für mich was ganz Besonderes, denn heute darf ich mit euch und für euch ein neues Produkt testen. Deswegen an dieser Stelle Achtung bezahlte Werbung. Vielen, vielen Dank an Boos Living für die Kooperation und für die Zusendung des Produktes. Natürlich verlinke ich euch Boos Living in der Infobox, denn die liebe Manu ist der Spezialist für Kreidefarben und sonstige Effekte. Mein Metallregal habt ihr gesehen bestimmt, das Video. Das ist auch von Boos Living. Also guckt mal nach, der Shop ist super und die liebe Manu hat einen ganz ganz tollen Support und hilft euch immer weiter, wenn ihr eure Projekte zu Hause verwirklichen wollt. Also auf jeden Fall mal auf die Seite gucken und wir testen heute Salt Wash, etwas ganz Neues. Was dieses kleine Döschen kann, was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr natürlich im Laufe des Videos, also bleibt dran. Hinterlasst mir gerne ein Abo und einen Daumen hoch und vor allen Dingen hinterlasst mir doch mal in den Kommentaren, welche Farbkombis ihr am tollsten findet. Was es mit den Farbkombis auf sich hat, auch das erfahrt ihr natürlich später. Also stay tuned, wir legen los und testen mal, was dieses Döschen so kann. Wir starten mit meinem Schränkchen. Zuerst müssen natürlich die ganzen Griffe runter und die Verschlussmechanismen. Das schraube ich erstmal alles raus. Die Schrauben sitzen alle ein bisschen fest, weil 60 Jahre nicht bewegt. Und anschließend lose Lackteile entfernen. Alles das, was schon abgeplatzt ist, muss erstmal weg. Um den ganzen Lack runter zu kriegen, empfiehlt sich in dem Falle wirklich ein Heißluftfön. Man würde sich an diesem Stück wirklich dumm und dämlich schleifen und die Lackschicht bei diesen alten Dingern, die ist wirklich dick gewesen. Deswegen der Heißluftfön ist eine super Sache. Damit könnt ihr ganz leicht den Lack wirklich erhitzen und einfach runterschaben. Natürlich filme ich das Ganze nicht komplett, sondern nur die Anfänge, damit ihr kurz gucken könnt, wie ich das gemacht habe. Und den Rest, das Ergebnis, zeige ich euch natürlich, wenn alles fertig ist. Der alte Lack ist runter. Ich habe ihn überall wirklich relativ gut abgekriegt. Das Ding ist sauber. Und ich würde sagen, jetzt geht es an den Teil, der richtig Spaß macht und wo wir gucken können, was dieses Saltwash alles kann. So, ich würde sagen, wir legen los mit unserem Saltwash. Ich mache euch jetzt hier mal im Close-Up auf die Pöttchen. Ich habe das Saltwash schon einmal so ein bisschen vorab geöffnet. Und zwar, jetzt hoffe ich, dass ich es aufkriege wieder. So, das ist quasi mehr oder weniger ein Pulver und das rührt man jetzt in Farbe ein. Da ich zwei Schranktüren habe, die ich damit bearbeiten möchte, machen wir jetzt erstmal die Hälfte von der Farbe in den Pott rein. Ich habe auch noch zusätzlich ein bisschen Wasser, falls ich etwas mischen muss, falls mir das Ganze zu fest wird. So, und noch ein Klecks. So. Wir testen jetzt zusammen auch die Ergiebigkeit davon. Einmal die Farbe da rein. Jetzt kommt das Saltwash dazu. Das Ganze soll schon ein bisschen paströs werden. Machen wir es erstmal so und gucken, was passiert. Ich hoffe, ihr könnt das so ordentlich sehen. Da kann auf jeden Fall noch Farbe dazu. Definitiv. Und da die Kreidefarben sehr, sehr ergiebig sind und auch sehr stark deckend sind, mache ich mir mal einen kleinen Schuss Wasser noch mit dazu. Das Ganze ist jetzt aber auch mit dazu und streue ich etwas Aussagen nach coughs. So. oup Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem ich meine erste Schicht jetzt ein paar Stunden habe trocknen lassen, kommt jetzt die zweite Farbe drauf. In diesem Fall habe ich mich für Cottage Green entschieden. Ein wunderschöner Grünton, der mich sehr, sehr überrascht hat. Ich finde die Farbe traumhaft, wirklich super schön. Und die wird einfach jetzt mit dem Pinsel auf die andere Farbe, auf die getrocknete Schicht aufgetragen. So, dass alle Lücken geschlossen sind, einfach ordentlich drauf. Musik 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 So, ich habe das Ganze jetzt über Nacht schön trocknen lassen. Und was ich gestern Abend noch gemacht habe, wie ihr das vielleicht an dem Holz sehen könnt, das war ja geschliffen, beziehungsweise den alten Lack habe ich entfernt und es war jetzt sehr, sehr hell. Und ich bin einmal mit einem Wachs, und zwar habe ich einmal von Painting the Past das Wachs in Pearl. Das sieht so aus. Und einmal das Wachs in Antik genommen. Die habe ich ein bisschen gemischt, weil ich das Ganze nicht zu dunkel haben wollte. Und habe einmal den Korpus hier eingewachst. Was man jetzt noch machen kann, das habe ich über Nacht schön einziehen lassen, einmal mit einem Tuch kurz abwischen, überschüssige Reste entfernen. Aber das ist schon so gut eingezogen. Ich glaube, da brauche ich nicht viel machen. Ich gehe einmal kurz hier über die Seiten, da wo ich nachher die Türen habe. Ich habe mir einfach die Farbpöttchen drunter gestellt. So, den Rest kann ich später machen. Da kommt immer noch so ein bisschen überschüssiges Wachs runter. Und dann seid ihr fertig damit. Wachsen ist eine echt tolle Sache, weil ihr die natürliche Holzstruktur behaltet. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Korpus vielleicht doch in weiß streichen soll. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich finde das schön an der Holzoptik. Und was ich gestern Abend auch noch gemacht habe. Zu diesen kleinen Schränkchen gehören ja diese kleinen süßen Schubladen. Die habe ich jetzt einmal weiß gestrichen. Und zwar habe ich dafür einfach meinen Lack genommen. In historical white. Ich liebe diese Farbe. Damit habe ich auch schon Schränke und alles mögliche gestrichen. Die habe ich einfach vorne weiß gemacht, dass wenn man die nachher hier rein macht, das ein bisschen netter aussieht als dieses alte Plastik. So, das zu meiner Vorbereitung. Jetzt gehen wir aber weiter an die Saltwash-Technik. Wie gesagt, wir haben ja die Schicht Ginger aufgetragen mit dem Saltwash. Dann das Cottage Green oben drüber. Und das Ganze schön trocknen lassen. Und jetzt nehmen wir einfach den beiliegenden Schleifschwamm. Das ist übrigens eine 60er Körnung. Ihr müsst nicht den Schwamm nehmen. Ihr könnt auch eine Maschine nehmen, wenn ihr größere Sachen macht. Und jetzt fangen wir einfach an, ein bisschen zu schleifen. Und schleife mir somit das Grün etwas runter. Jetzt seht ihr das natürlich hier nicht. Das Grün etwas runter. Moment, ich versuche mal gerade die Kamera ein bisschen hier wegzubewegen. So könnt ihr es besser sehen mit dem Staubsauger im Hintergrund. Und somit hole ich das Ginger wieder ein bisschen hervor. Also fangen wir mal an zu schleifen und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Hier könnt ihr das fertige Ergebnis sehen. Guckt euch mal diese tollen Effekte an. Also ich bin wirklich positiv überrascht, dass Ginger kommt an den Stellen, wo ich geschliffen habe, wirklich schön zur Geltung. Deswegen immer zwei Farbkombis nehmen, wo ihr ja wirklich einen Farbunterschied habt, damit man diesen Effekt auch richtig sehen kann. Ich habe bewusst die Ecken so ein bisschen abgeschliffen, dass das Ganze passend zu diesem alten Schrank auch ein bisschen alt aussieht. Also ich bin total begeistert, was dieses Saltwash kann. Ich würde es jedem empfehlen und es macht richtig Spaß.